Willkommen bei CSR Automotive. Ihr könnt euch vielleicht an das Video erinnern, da haben wir die Kappspoilerlippe vom Octavia RS in einem Testversuch mit 3M Klebeband mit dem ganz neuen, das wir jetzt im Einsatz haben, verklebt. Und ja, was daraus wird, wie das jetzt im Wintereinsatz und im Daily Using funktioniert hat, das seht ihr jetzt nach dem Intro. So, Brandy, dann komm mal rum, dann schauen wir mal. Also grundsätzlich, sie hängt schon mal. Und wir haben die ja auch nicht nochmal ein zweites oder drittes Mal dran gepappt, sondern die ist einfach so wie damals von uns montiert. Also ich würde mal sagen, Brandy, die schaut ganz gut aus. Also halten du das auf jeden Fall bombenfest. Ich hätte mal vorgeschlagen, wir fahren jetzt mal mit dem Ding auf die Hebebühne. Und dann checken wir das mal im Detail, wie sich das vor allem im Unterbodenbereich und wie das dann zwischen dem 3M Klebeband und der Stoßstange verhalten hat. Aber so wie das jetzt aktuell ausschaut, schaut es ganz gut aus. So, jetzt haben wir das Auto hochgepumpt. Brandy, es wäre schon geil, wenn es funktionieren würde. Also gerade so für die Leasing-Fahrzeuge ist das, denke ich mal, ein Riesenargument, wenn wir dann nicht irgendwie, oder auch diese super sportiven Fahrzeuge, die jetzt halt teuer sind, wo man nicht unbedingt mit Nieten vorne rein möchte. Schauen wir mal rum. Also, was haben wir hier? Die Spoilerlippe, auch entsprechend konstruiert, darf man auch nicht vergessen. Also es geht nicht mit jeder. Wir müssen da speziell schauen und das auch entsprechend simulieren. Aber jetzt, erster Eindruck, ich würde sagen, ist echt top. Vor allem im ganzen Winter gefahren. Ganzer Winter, Waschanlage, Schnee geschoben, was auch immer. Naja, so tief ist er jetzt nicht. Aber trotzdem, Daily-Using und, ja, ich meine, der Mako lässt, der fährt auch Autobahn und fährt auch durchaus eine Strecke, drei, vierhundert Kilometer mit 200 Mal. Also, das ist kein Thema. Nö, super. Also, ich würde sagen, kann man bedenkenlos so verbauen. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen hier entsprechend dokumentieren und dann das dem TÜV noch mal vorlegen und das dann auch noch mal entsprechend dort bestätigen lassen. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass in den nächsten Wochen dann die ABE auf jeden Fall für das Fahrzeug und bei den anderen Tests, die wir gerade machen, wahrscheinlich auch für andere Fahrzeugtypen, um diese Montagetechnik erweitert werden. Wie machen wir das dann? Brandy, machen wir es wahlweise für den Kunden, dass er es auswählen kann? Das wäre vielleicht eine Idee, dass man, wenn dann der Kunde im Shop dann das auswählt, was für eine Montagetechnik er möchte, ob er es Oldschool einfach reinnieten möchte oder eben mit dem 3M-Klebeband. Und entsprechend rüsten wir das aus. Aber da sind wir uns auch noch nicht so ganz sicher, deswegen nagelt uns jetzt nicht mal nicht fest. Schauen wir mal, schaut dann einfach im Shop rein, wie sich das letztendlich verhält. Gucken wir nochmal hier drunter. Siehst du ja, die sind alle locker. Also da hat es nicht einmal irgendwie vibriert oder irgendwas. Schaut alles aus wie ein Nagelneu. Und ihr seht auch alle hier, da ist die Lippe, da ist kein einziges Schräubchen drin. Das Klebeband, das trägt natürlich ein bisschen auf. Also wenn ihr jetzt kein Klebeband drauf habt, sondern direkt mit der Niete rein geht, habt ihr natürlich dieses Klebeband nicht sichtbar. Von hier oben, wenn jetzt das Fahrzeug steht, sieht man das Klebeband natürlich nicht. Aber wenn ich auf Augenhöhe bin, sehe ich natürlich Klebeband. Das muss klar sein. Das lässt sich aber auch nicht vermeiden. Aber das ist auch, denke ich mal, ja, wird glaube ich keinen stören. Wobei es gibt Leute, die lackieren ihr Auto von unten. Also meine Güte oder früher hat man Motorraum vergoldet oder so Scherze. Ich glaube, das machen heute immer noch Leute. Ja, das ist halt das Einzige, wo man jetzt, sag ich mal, Abstriche machen müsste. Und im Außenbereich sieht man es halt ein bisschen besser. Also das heißt besser, da sieht man es ein bisschen deutlicher, das Klebeband. Aber wie gesagt, wir versuchen das in die Wahl zu bringen und dann haben wir ja eigentlich für jeden die passende Lösung. Und vor allem die Leute, die nach drei Jahren ihr Auto wieder unversehrt zurückgeben müssen. Was kannst du eine Stoßstange beim RS? Ein Taui. Ich schätze mal ein Taui. Wenn ihr das Ding im Leasing habt, dann gibt ihr das Auto zurück. Dann kommt dann hier einer, ne, Gutachten mit Farbe. Und dann macht ihr ein Gutachten und dann steht da drinnen. Einmal bitte wechseln. Kann passieren, muss nicht. Kann passieren. So, genug gesagt, genug gezeigt. Wie gesagt, Lippe mit Klebeband bald verwendbar für viele andere Fahrzeugtypen. Schaut im Shop rein, ob das bei euch auch so der Fall ist. ABE wird doch hoffentlich erweitert. Wir wollten euch mal kurz da Feedback geben, wie die Entwicklungsarbeiten fortgeschritten sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, liked und bis zum nächsten Mal. Also der Frühling und hoffentlich der Sommer kommt und vor allem hoffentlich die Zeit der Sommerreifen. Brandy, wann ist deine Karre angemeldet? Erster Vetter. Erster Vetter. Also da geht's nächste Woche los. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja. Ja.